Hallo Leute, AirokanTV. Während ihr gerade dieses Intro seht, haben wir hier unten Kameras installiert. Leute, die Kamera wird jetzt alles filmen, was unten passiert, denn unten passieren ganz komische Sachen, Leute. Und zwar befindet sich alles im Keller. So Leute, aus dem Keller kommen Geräusche. Wie das hier anhört, guck mal. Nein. Was ist denn? Ketten oder so? Das ist ja alles gut. Ja. Was ist das? Warte. Oh, was ist das? Der Schatten? Oh mein Gott. Du musst ausziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde runter gehen. Die Kamera ist überall installiert. Du musst die Polizei aber diesmal anrufen. Hallo? Da ist die Kamera. Da oben ist noch eine Kamera. Hallo. Hallo. Wie lange bist du hier unten eingesperrt? Geh weg. Geh weg. Wo wohnst du hier? Hier. Hier? Hier. Da ist dein Schatten. Da ist dein Schatten. Da ist dein Schatten. Da bewegt sich oben auch was. Das bin ich. Das bist du. Und das bin ich. Oh mein Gott. Okay. Geh weg. Geh weg. Wir sind live. Erstmal Dankeschön an die ganzen Top Supporter. Die werden hier jetzt erst mal im YouTube Video drankommen. Das ist nicht flacke. Leute. Wir sitzen hier an den Treppen. Okay? Leute. Ich weiß nicht ob ihr den Film The Ring kennt. Hier ein Bildausschnitt. Wenn ihr den Film The Ring kennt. Dann liked mal jetzt alle schnell. The Ring ist im Keller. Leute. Was machst du denn? Der Boden. Die ist langsamer. Der Boden bewegt sich. Was machst du gerade? Der. Leute. Spürt ihr das? Ey, triple. Siehst du. Der Boden bewegt sich. Ich meins ernst. Der Boden bewegt sich. Was machst du? Was? Ich schwöre, dass sie kommt, sie kommt. Die kommt, renn weg, renn weg. Die kommt in dein Haus. Die kommt in dein Haus.